herzlich willkommen zum let's play counter-strike global offensive wir spielen einen wettkampf auf nuked das heißt wir spielen 30 runden wir sind jetzt in der ersten hälfte verbleibende runde sind 30 nach 15 runden wird gewechselt und ich glaube ich muss den sound ganz schnell noch etwas leiser stellen hilfeoptionen audioeinstellung gesamtlautstellen machen die immer ziemlich leise das klingt für mich sehr laut gerade ok mal gucken wir sind ja noch in aufwärmfahrt bis gleich geht es los richtig und zwar geht es jetzt los fangen wir an mit der sparrunde ich werde übrigens die dieses battle hier vielleicht in drei oder zwei folgen schneiden je nachdem wie lange das geht weil das kann auch bis zu 90 minuten dauern steht immer da und wenn ich das spiel verlasse gibt es eine strafe okay wenn wir als team zusammenlaufen funktioniert sommer so hier ist keiner immer schön vorrücken ich spiele muss du das ach du kacke die waren sie zwar die sind zu dritt da drinnen was ist denn das für ein typ was habe ich den für ping eigentlich stehen da 76 72 es geht manchmal in letzter zeit zu mir halt wo bin ich denn doch 95 95 das geht gerade man doch so bei teilen wo habe ich die 100er ping oder so ist immer ein bisschen komisch auch nur bei teilen froh so soo kotelette ok jetzt können wir uns was kaufen und zwar kauf ich mir ist eine desert eagle mit richtigen waffen muss ich mal gucken ich bin bei counter-strike global offensive immer noch so ein bisschen unentschieden was ich da genau nehmen nehmen gerne die augen wo man halt so noch ein bisschen ranzoomen kann das geht eigentlich relativ gut die sitzen wahrscheinlich alle wieder da drin so ein hammer wichtig ah verdammt na wenigstens ein guck mal kills finde ich bin doch platz 1 gerade stark eins gegen drei ach du scheiße wo es wird der bombe gelegt ja mensch da unten ist er doch der typ nicht oben unten wo doch um aber unten war da unten ja ja gewehre wir holen uns jetzt die auf hier die ist gut weil guck da kann ich nämlich schön schönen schuss abgeben jetzt stop wasch idiot jetzt ja 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 die bombe liegt hier ganz ehrlich das ist ein gutes zeichen wenn die bombe dort liegt jetzt ja 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 wo ist ja noch einer das klang sowas war ja die ganze zeit inner jetzt muss man hier ein bisschen granaten mitnehmen sondern immer so eine und dann müssen wir ausrüstung tun wir hier keffler und hell noch mitnehmen schärfes geht brauchen wir nicht die kommen ihnen dazu die bombe zu legen bin ich mir hundertprozentig sicher schlammer so 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 Was? Warum? 87 in 4 Treffer, willst du mich verarschen? Okay, I fuck or Muffer Ja, jetzt sag uns doch mal, wo es lang geht soll, I am Muffer off Ich schreibe den Typen jetzt mal da, da denkt er, das ist der Größte und der Schlauste Grenade out Deploying Flushbind Flushbind Was ist das? Au! Das war ein Streifschuss Was? Was war denn das für eine Aktion? Bitte was? Der kam auf Äh, wo? Werself, gleich wird sich hier unser I am Muffer off wieder aufregen Achtung Achtung Gleich, komm, er wird sich aufregen Oder auch nicht Vielleicht werden wir auch gnadenlos verlieren Da kommen alle hier rüben rum Boah AWP Das kotzt mich Das Das kotzt mich an der AWP Rotzt er dich dort weg wie Blöder Ja, ist das den sein Ernst? Mit dem Messer jetzt, oder was? Hallo Okay, jetzt geht's los Jetzt knall ich die alle weg Ich zerstör dich jetzt Jetzt fühl ich meine Killrate Bissl erhöhen Mit Fünf Kills mehr Acht Kills Fatsches am Ende eine Runde haben Das gibt's doch ne Okay Wisst ihr was das bedeutet, Leute? Das bedeutet, dass ich nach nächstens noch eine AWP benutze Weil so was, ne So eine Frechheit Muss ich mir nicht bieten lassen Das muss ich mir echt nicht bieten lassen Bis ich das Kotel da immer zerstöre Erst dann gebe ich Ruhe Ja, aber Ne Oh, jetzt legen die auch noch die Bombe Als Terrorist-Spiel ist es immer viel einfacher erst Ui, der war nicht schlecht Was bist denn du hier für'n Lust, Mölsch? Leckt das so, oder bin ich das? Ich hab' den höchsten Ping Ja Ja Ich schmeiß' den raus, damit wir eher noch weniger sind Genau Jetzt haben wir ein Bot Ganz tolle Runde Ja 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 Aber Ja 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 Was haben wir gesagt? Das tun wir aber ein bisschen hier durchstarten und jetzt holen wir uns das Gerät. Das Gerät wird nie müde. Mit dem Messer laufen wir jetzt schneller. Check in. Wir haben einen Sniper. Bomb carrier wurde. Wir haben eine Grenade. Wir haben einen Schlag. so wo es jetzt waren drei ich habe es genau gesehen ja sehr gut der rwp auf keinen fall an die gleiche stelle wieder laufen denn wir müssen uns jetzt eine andere position suchen wo wir besitzen haben können ich weiß auf dieser map gibt es eigentlich keine haben die russen eigentlich so eine tastatur wo die anders schreiben können wo die machen bieten das das ist toll So, wo ist denn der letzte Typ hier? Das gibt es doch nicht, ich habe den doch erschossen, ich habe den doch voll getroffen gehabt.